Glasse-Zeit ist auch Goldstar-Zeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn solche fantastische Glasse-Träume können Sie nicht nur im Restaurant geniessen, sondern Sie können es auch zu Hause mit Goldstar-Rahm-Glasse ganz gut selber machen. Und dabei erst noch Geld sparen, denn verschiedene Goldstar-Glasse-Spezialitäten gibt es jetzt zum Aktionspreis. Zum Beispiel die Vanille-Rahm-Glasse in dieser praktischen Familiendose. Sie enthalten viel Milch und Rahm und ist darum besonders fein und cremig. Für möglichst luftige Kugeln zieht man die Glasse-Zange mit leichtem Druck über die glatte Oberfläche. Und nach jeder Kugel tut man auch die Zange im Wasser auswaschen und wieder gut abtropfen. So, und jetzt kommt noch ein halber Pfirsich rein. Und Himbeere-Fruchtmark drüber. Das Ganze wird jetzt noch garniert mit Rahm. Und fertig ist die Peschmelba. Mmh, endlich. Bei Grob sind jetzt übrigens auch die beliebten Goldstar-Familienblöcke in Aktion erhältlich und natürlich der erfrischende Eismilk-Lutscher. Am besten ist es, Sie besorgen sich gerade einen kleinen Vorrat von diesen Goldstar-Glasse-Spezialitäten. Es gibt nämlich solche, die kommen nie genug über davon. Das Glasse-Essen ist natürlich auch etwas Schönes, aber eben ab und zu sollte man dann halt wieder auf die Linie achten. Und darum offeriert Ihnen Grob auch eine grosse Auswahl an kalorienarmen Qualitätsprodukten, wie zum Beispiel das Roland-Knecke-Brot mit der ganzen Kraft vom Rockenhorn. Oder hierzu hat der Käse der moderne, körnige Frischkäse. Rivella Blau, das Kalorienarm mit Tafelgetränk mit wertvollem Milchserum. Asso Gringold, süßt Kalorienarm und schmückt trotzdem wie Zucker. Das Gobe-Diabetiker-Brot für die schmackhafte Diabetiker-Diät. Und dazu eine von den fruchtigen Midi-Legere-Konfituren mit 50% weniger Kalorien. Farbe in die sommerliche Kindergarderobe bringen die Techstart-Jeans aus 100% Baumwolle. Es gibt sie in acht modischen Wunschfarben. In allen Gobe-Centern und Warenhäusern zum einen sehr vernünftigen Preis. Und jetzt möchte ich Ihnen noch das neue, fantastische Angebot von Popularis vorstellen. Acht urgemütliche Reise- und Aufenthaltstage im Tirol. Im romantischen Leutastal geniessen Sie auf begleiteten Wanderungen die Schönheiten von einer intakten Alpen- und Bergwelt. Und Sie haben Gelegenheit, Sehenswürdigkeiten von der näheren und weiteren Umgebung kennenzulernen. Am Abend kommt dann selbstverständlich bei Vollkloren und Unterhaltung aus Gemüte auf die Rechnung. Wohnen werden Sie im gemütlich eingerichteten Erstklass-Hotel. Achtung, es gibt nur sechs von diesen Wochen. Abfahrt ist jeden Montag vom 5. August bis 9. September. Platzzahl ist beschränkt. Rufen Sie an auf 031 22 31 13 und informieren Sie sich bis heute Abend am 10. Teletext-Abonnenten finden mehr Informationen auf die Seite 223. Den Preis erfahren Sie am Schluss dieser Sendung. Telefonieren Sie also auf die Nummer 031 22 31 13. So, das wäre es gewesen. Wir schalten um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Ein richtiger Äpfeltraum ist der Dessert, das ich Ihnen heute vorführen möchte. Ungefähr 1 Kilo säuerliche Äpfel schellen, vierteln und in feine Scheibchen schneiden. Sofort Zitronensaft drüber legen, umrühren und ein paar Minuten stehen lassen lassen lassen. Dann abtropfen und mit Zucker auf kleinem Feuer weich kochen lassen. Wenn das soweit ist, die Äpfel in einem Eingüllte Weihblech leeren, glatt streichen, dass die Masse ungefähr 2 cm dick ist. Nachher mal kalten, auf einen flachen Teller stürzen, in Portionen schneiden und mit Vanillecreme und wenn Sie Lust haben, mit einer Kugel Vanilleglasse servieren. Die genauen Angaben für diesen feinen Äpfeldessert finden Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche. Und wie Sie wissen, morgen der ganze Tag im Teletext, Seite 270. So, das wäre es gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Achten Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuellen Preisschläger. Bei Coop gibt es jetzt Minirosen im Topf für nur 94. Hösliwindeln, Avela Baby, Elast, Maxi plus 10 kg für nur 11,90. Und Maxi plus 12 bis 25 kg für nur 14,90. In allen Coop-Do-It-Yourself-Läden gibt es die Black & Decker Heckenschere für nur 119 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Lola-Schokoladen, Milch oder Nusssplitter für nur 90 Rappen. Und Orange, Mandia oder Bois-Helene für nur 1 Franken. 1 A-Emmentaler, 100 g nur 1,35 und alle Coop-Fruchtsäfte im Pure Pack sind jetzt 30 Rappen günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Frischbach-Wäckli statt 2 Franken nur 1,60. Tomaten per Kilo nur 2,80. Peperoni per Kilo nur 2,60. Und Zucchetti per Kilo nur 2,90. Und das ist eine Woche Tirol mit Popularis für nur 510 Franken. Telefonieren Sie jetzt auf 031 22 31 13. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ! Untertitelung des ZDF, 2020